Hallo und herzlich willkommen zu dem Video. Das Teil ist doch assi! Die hat gerade wirklich 2 Minuten versucht, das Zeug anzulegen. Aber schon mal nicht so stark als die mit der bunten Wäsche. Aber wackeln tut es trotzdem ein bisschen. Ja. Hier drin waren 70 ml davon. Ja. Also vor allem den Noir-Baschmittel. Und ich musste sogar eine Kappe hiervon rein tun. Weil in der Hauptwäsche war hier so viel Schaum drin. Und hier hat er keinen Bock wieder auf den Sitzloch. Und ja. Ich habe wegen 60 Grad mit den 200 Tonnen hier halt das extra spülen. Habe ich aufgrund des Schaums rein getan. Jetzt habe ich es aber auch zu spät, das rauszunehmen. Ja. Sollen Sie die nochmal schalten lassen? Ja. Das ist ja wieder schneller. Jetzt ist es angelegt. Wenn die Apple pausiert und wieder gestartet, dann macht sie das schleudern nochmal. Ja. Ich bin mal gespannt jetzt. Ja. Ist natürlich nicht mehr so doll als eben. Aber ja. Also weil jetzt halt das schon einmal geschleudert wurde. Aber trotzdem gut. Na ja. Jetzt ist es eigentlich. Ähm. Ne, 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 ne. Scheiße. Jetzt ist es. Jetzt ist es auch zu spät. Ja. Ja. Ich möchte sie doch nicht mehr schleudern. Dann vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.